und diese scheiß schreierin das war das ja 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 auf dem recht von mir müssen eigentlich nur aufpassen dass diese schreie nicht kommen nee du gehst jetzt wieder in die luft also attraktor und dann handgranate rein oder so das bringt schon jeden abfallbomber habe ich nicht wird sich so ein als ob die nächste welle kommt wenn man sie so etappenweise rausloppen könnte ist das vielleicht auch schon aus also dann muss ich in der möglichkeit da drinnen nur auf irgendeinen bestimmten punkt schießen geht das ganze ding in die luft ich muss nur aufpassen wegen dem scheiß wegen der scheiß feier ja es gibt dann aber leider nur eine explosion dabei ist es blöd dass man während des laufens nicht nach hinten gucken kann ja 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 ... ... ... ... ... ... das ist ein sniper gewehr weißt du ein unendlichkeitsschuss würde ich da irgendwo auf der ecke lauern oder ping 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 ich habe schon wieder einen batzen umgebracht ihr könnt euch nicht entscheiden wohin denn ja 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 da hört sich das auch noch immer so matschig an weißt du eine weitere schreierin habt ihr ja auch noch nicht gesehen ne wo in diesem kampffagel jetzt weit genug werfen können tschüss war nett mit euch man sind da viele hinterher gekommen entweder nehmen die mich nicht für voll was ich durchaus verstehen kann weil wer ist so bescheuert ne ach leben sie wieder oh da wird aber auch nicht mehr viel schuss jetzt werden wir gleich mal kurz gucken wie viele öhrchen ich mittlerweile gesammelt habe und irgendeiner wird mir eine dicke fette kette da draus machen so ähm das hier hier ne irgendwie da war das 178 wir sind schon wieder nah dran hab nur das gefühl dass ich trotzdem jetzt alle schon mehr umgebracht habe als vorher war es könnte täuschen wenn ich da die x sehe die da sind die ich noch nicht eingesammelt habe denke ich mal habe ich schon mehr zu die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war der Goldene Schuss Ich weiß, wir sind noch nicht fertig Und noch welche Nur noch ein Scheiß Molly So viele sind das trotzdem nicht mehr Wenn ich jetzt hier schon wieder näher schaue Und noch welche Ich habe mich doch noch erwischt Wie lange hänge ich jetzt an dieser Horde schon? Gut eine halbe Stunde Du steht auf, ihr Kinder Auf das ich auch Alle von euch erwäsche, ihr Schweine! Und tschüss! Man sieht sich! Oh wow Bitte es sein, dass da noch eine Horde da drin steckt Ach das ist auch noch die Ja, dann legt sich gleich mit der größten Horde an Warum auch nicht, ne? Das Problem ist, meine Munition ist fast leer Ich weiß nicht, spawnen die dann nicht wieder? Weil ich dann aufgehört habe Welchen haben wir jetzt? 250 Ey, ich habe die Elfte hinter mir Mit der Pistel kannst du nichts reißen hier Ich werde mich glaube ich mal verziehen Dann legt man sich gleich mit der größten Horde an Habe ich ja sonst nichts zu machen, ne? Ey, 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 ey Jeder tote spawnt einfach neu Danke, Plumpe Danke Danke, dass du mir so viel Mut machst Danke, dass ich deinen Arsch Verkaufen darf Oh, nee Das Blöde ist halt, dass die Munition immer dann so schnell weg ist Ich wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht Mit welcher Waffe man am besten jetzt das machen könnte Äh, warte, muss ich gleich mal nachgucken Ob ich die schon habe Spann Wie mehr Waffe Ich habe die MWS Äh, Buzas Siegelsbumsel Äh Äh Ich soll da zu gut sein Im 14-Sort Ja, die ist nicht dabei Aber gut Na dann Ich kann die Munition anhand eines Skills erhöhen Fernkampf Wie heißt der? Ja Ah Ah, nur für Fernkampfwaffen Höhe die Projektierdurchschlagskraft und Fernkampf Oh, cool Zwei Fliegen, eine Kugel Yay Ja, das ist wirklich nur für Entfernung Ernsthaft Leute, ne, die ist doch krank Mega krank Ne, ich bin noch nicht so weit mit Stufe 3 Dann wäre ich ja glücklich Aber Ich hab ne zwei Es ist ja so das Schlimme da dran Hätte ich wenigstens noch ein bisschen mehr Munition, aber Oh Mit der Snipper ist das auch so ein bisschen Ja, es ist zwar schön da rein zu halten, aber Wie bringt das nicht? 237 Öhrchen habe ich schon Von den normalen Sehr schön Also können wir davon Können wir schon mal sagen Ich hab die Hälfte schon mal platt gemacht Immerhin Äh, Alter Das Das ist heftig Das ist super heftig Also muss ich mal was anderes machen Was? Wo? Wo zum Teufel ist er? Er ist weg, als er mich sah Jeremy folgte ihm Schon klar Ich wollte das nicht Scheiße, wohin, Ricky? Jeremy fuhr ihm bis zum alten Sägeberg nach Tudoc scheint sich im verlassenen Nero-Lager zu verstecken Okay Ich kümmere mich um ihn Ich will, dass du sein Messer herbringst Warte, du Beweise? Okay, scheiße Dann Schön, wie du meinst Lass ihn nicht entkommen, Dick Wer weiß, wie viele Leichen da draußen liegen Ja, ich mache das Nur gerade so das doofle Gefühl Weil ja andauernd dieses scheiß Sägewerk nimmt Der scheißer ist beim Sägewerk Also ich will ja nichts sagen Aber dieses Sägewerk wird mich jetzt glaube ich Irgendwie noch hart beschäftigen So richtig hart Das gefällt mir gar nicht Ganz und gar nicht Weil ich nicht Das bekomme, was ich eigentlich haben will Was anscheinend ja hier ist Aber ich da ja nicht rankomme Äh Lecomio Archiblank Hi Leute Ich mache jetzt Feierabend Die Order hat mich jetzt gerade zu Stress durch Von daher Nächste Woche geht es weiter Versuchen wir es weiter Von daher Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend Ich hoffe es hat euch gefallen Und dann sehen wir uns morgen wieder Und ich bin erstmal raus für heute Ciao, tschü und bye, bye